Heute nehmen wir teil an einem speziellen Projekt der Basler Kantonalbank, das unseren Auftrag gegeben hat, dass wir aus recyceltem Kokosreste eigentlich überzogene Weihnachtskogeln haustellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diesen Auftrag entgegennehmen konnten. Es ist ein Auftrag für Basel, mit Lernenden in Basel, made in Basel. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diesen Auftrag von der Bühne machen können. Untertitelung des ZDF, 2020